In diesem Video soll es um Grundbegriffe zu harmonischen Schwingungen gehen und nicht nur zu harmonischen Schwingungen. Zu Beginn möchte ich auch erst einmal den Begriff der Schwingung klären. Wie ist Schwingung im physikalischen Sinne definiert? Man kann sich ja mal fragen, wo tauchen Schwingungen auf? Naja, vielleicht im Alltag ist euch das schon mal irgendwie bewusst geworden. Wenn ihr Instrumente spielt, dann wahrscheinlich sogar sehr. Denn wenn man eine Gitarrensaite streicht, dann schwingt sie und dadurch erzeugt sie ja auch den Ton. Und auch wenn man schaukelt, dann handelt es sich um eine Schwingung, das Hin und Her. Das macht ja gerade die Schwingung aus. Und physikalisch von Interesse sind zum Beispiel das Federpendel und das Fadenpendel. Und sowohl das Federpendel als auch das Fadenpendel zeige ich gleich auch noch in einer animierten Grafik. Das Fadenpendel sieht nämlich so aus. Man hat ein Pendel befestigt an der Decke und im einfachsten Fall hängt dann unten einfach mal eine Kugel dran. Und wenn man die dann anschiebt, dann bewegt sie sich auf einer Kreisbahn hin und her. Und diese ursprüngliche Lage, bevor man diese Kugel angestoßen hat, bezeichnet man als Ruheposition. Natürlich ist das hier eine idealisierte Darstellung, denn wie ihr alle wisst, wenn man dieses Pendel einmal anschlägt, kommt es irgendwann schon nochmal zur Ruhelage, würde aber keine Reibung vorherrschen, dann würde dieses Pendel immer und immer weiter auf gleiche Weise schwingen. Das Federpendel sieht jetzt wie folgt aus. Man nimmt dazu eine Feder, die man auch wieder an der Decke befestigt und unten an der Feder hängt man ein Massenstück an. Und dann lenkt man diese Feder aus und dann schwingt sie, wie man es hier sieht, immer wieder hoch und runter. Natürlich ist das auch wieder idealisiert, denn normalerweise ist die Reibung auch noch zugegen und führt dann dazu, dass irgendwann wieder die Ruheposition gefunden wird. Aber jetzt haben wir schon ein paar Beispiele von Schwingungen gesehen und jetzt ist es vielleicht erstmal angebracht, zu definieren, was eine Schwingung ist, was eine Schwingung ausmacht. Alle Schwingungen haben zwei Dinge gemeinsam. Erstens, sie sind periodisch, das heißt, nach Ablauf einer bestimmten Zeit T wiederholt sich die Bewegung von Neuem. Und zweitens, es gibt eine Ruhelage, einen Ruhepunkt. Und dieser Ruhepunkt liegt immer zwischen den Hoch- und den Tiefpunkten. Das heißt, die Schwingung erfolgt immer um diesen Ruhepunkt herum. Und jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie so eine Schwingung grafisch aussieht. Das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen. Zunächst wieder also zu unserem Federpendel. Das schwingt ja hier bekanntermaßen von oben nach unten. Und ich hatte eben gesagt, es gibt eine Ruhelage. Und wenn man jetzt dieses Massenstück zum Beispiel mit der Hand nach unten zieht und dann loslässt, dann fängt das an, so zu schwingen. Und jetzt interessiert den Physiker vor allen Dingen die grafische Darstellung dieser Schwingung, und zwar in einem Zeitwegdiagramm. Nehmen wir zunächst einmal den realen Fall an. Den kann man hier nämlich sehen. Man lenkt dieses Massenstück, also man lenkt diese Feder aus mit dem Massenstück und dann schwingt sie. Aber sie kommt aufgrund der Reibung, wie man es hier sieht, irgendwann wieder zur Ruhelage. Wenn man jetzt ein Diagramm erstellt, auf der x-Achse die Zeit t und auf der y-Achse die Auslenkung, dann kann man hier an dem Roten erkennen, wie dieser Graph verläuft. Das heißt, wir können aber auch hier ganz gut eigentlich erkennen, was eben definiert worden ist. Na ja, es gibt hier einen periodischen Ablauf. Nach einer bestimmten Zeit t ist man wieder am gleichen Ausgangspunkt, zumindest was die Bewegung angeht, jetzt nicht von der Höhe aus. Und als zweites hatten wir ja gesagt, dass die Schwingung immer um die Ruhelage herumschwingt. Die Ruhelage ist in dem Fall diese t-Achse und das sieht man ja hier gut. Die Schwingung erfolgt immer um diese Ruhelage herum. Diese Art an Schwingung bezeichnet man als gedämpfte, harmonische Schwingung. Dann gibt es noch den Idealfall. Und zwar ist es der Fall, in dem wir keine Reibung haben. Das heißt, wir stoßen oder wir ziehen einmal dieses Massenstück nach unten, lassen es los. Und dann wird diese Schwingung immer erhalten bleiben, und zwar im gleichen Ausmaß, so wie man das jetzt hier in diesem Graph sehen kann. Die Schwingung ist natürlich wieder periodisch. Und vor allen Dingen sind diese Auslenkungen genau identisch. Und sie lassen auch nicht nach. Das ist also der Fall, wenn wir keine Reibung hätten. Diese Art von Schwingung bezeichnet man als harmonische Schwingung. Und für harmonische Schwingungen gilt stets das Kraftgesetz. Diese Rückstellkraft, das ist die Kraft, die diese Feder wieder in die Ruhelage bringen möchte, ist minus d mal y. d ist die Federkonstante. Es handelt sich also hier um das Huck'sche Gesetz. Das kennt ihr vielleicht noch aus früheren Zeiten des Physikunterrichts. Mit diesen harmonischen Schwingungen befassen wir uns gleich nochmal. Ich will nochmal aufzeigen, es gibt auch nicht harmonische Schwingungen. Und zwar wäre das zum Beispiel hier beim EKG der Fall. Und zwar kann man das hier einmal trennen. Hier links diese Hälfte und die rechte Hälfte. Da findet man immer wieder so periodische Ausschläge. Aber man kann ganz gut erkennen, dass es sich nicht um eine harmonische Schwingung handelt. Auch nicht um eine gedämpfte harmonische Schwingung, sondern um eine andere Art von Schwingung. So, jetzt kommen wir aber zur harmonischen Schwingung. Wir haben ja eben schon am Graphen gesehen, das sieht ja so aus regelmäßig. Die Höhe ist immer gleich und jetzt kann man eben bestimmte Dinge definieren. Und zwar kann man zunächst einmal die Periodendauer groß T definieren. Die Periodendauer bezeichnet die Zeit, die die Schwingung für eine Periode braucht. Und zwar ist die Periodendauer T die Zeit, die vergeht von, sagen wir mal hier, von diesem Hochpunkt, bis wir wieder an der gleichen Stelle, also am gleichen Hochpunkt sind. Aber natürlich dann um eine Periode weiter. Also eine ganze Periode weiter. Die Zeit wird gemessen und diese Zeit ist es dann, die angibt, wie lang diese Schwingung für eine Periode braucht. In der Formel, Groß T ist Delta T durch N. Delta T ist die Zeitdauer und N ist die Anzahl der Schwingungen in dieser Zeitdauer. Man könnte ja auch zwei Schwingungen abmessen und hätte dafür, sagen wir mal, 5 Sekunden. Dann würde aber die Periodendauer ja nur 2,5 Sekunden sein, denn man müsste ja jetzt die 5 Sekunden durch die zwei ganzen Schwingungen dividieren. Dann gibt es die Frequenz. Im Grunde ist die Frequenz genau der Kehrwert dieser Periodendauer. Und zwar gibt die Frequenz die Anzahl der Schwingungen in einer Sekunde an. Also diesmal ist die Zeit sozusagen limitiert. Wir messen sie nicht beliebig, sondern wir wollen wissen, wie viel Schwingungen schafft denn diese Schwingung in einer Sekunde. Die Einheit ist Hertz, abgekürzt HZ. Und das Formelzeichen ist klein f. Die Frequenz ist also definiert als Anzahl der Schwingungen dividiert durch die Zeit. Also wenn wir jetzt eben hatten, 5 Sekunden, 2 Schwingungen, dann würde man hier 2 oben einsetzen, 2 Schwingungen durch 5 Sekunden, wären also 0,4 Schwingungen pro Sekunde. Dann gibt es die Elongation. Die Elongation ist nichts anderes als die Auslenkung zu einem bestimmten Zeitpunkt t oder anders gesagt die momentane Auslenkung. Also an diesem Punkt, wo jetzt hier die Maus ist, ist die Auslenkung hier im Negativen und hier hinten ist sie also hier oben im Positiven. Und für yt gleich 0, also wenn die Elongation 0 ist, dann befindet sich die Schwingung in der Ruhelage. Die Ruhelage ist nämlich definiert als yt ist gleich 0. Und jetzt kommen wir noch zum letzten zu diesem Video, nämlich der Amplitude. Die Amplitude bezeichnet die maximale Auslenkung. Die ist nämlich nach oben genauso wie nach unten identisch, nur vom Vorzeichen her unterschiedlich. Diese maximale Elongation wird je nachdem, in welches Lehrwerk und in welche Formelsammlung man schaut, unterschiedlich angegeben. Zum Beispiel mit y 0, also 0 als Index zu y oder y dach. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sicherlich auch noch weitere, die man in Büchern finden kann. Das soll es zu diesem Video zu den Grundbegriffen sein. Man kann vielleicht schon erkennen, diese Schwingung hier, gerade diese harmonische Schwingung, sieht aus wie ein reiner Sinus. Das ist es auch. Also gibt es natürlich auch ein Bewegungsgesetz. Man kann also eine Funktion, eine mathematische Funktion finden, mit der man ausrechnen kann, zu welchem Zeitpunkt t sich, man sich, auf welcher Höhe, auf welcher Auslenkung man sich befindet. Diese Bewegungsgesetze will ich auch herleiten und erläutern. Allerdings in einem anderen Video. Und genau dieses Video zu den Bewegungsgesetzen, sowie weitere Videos aus dem Bereich von mechanischen Schwingungen und Wellen, findet ihr unten in der Beschreibung. Da könnt ihr einmal vorbeischauen, wenn euch die Thematiken auch interessieren. Und dann geht es um die Schwingung.